Eine sehr gute Entscheidung des Bundesrates, mit der wir jetzt endlich das zulassen, was im internationalen Ausland gang und gäbe ist, dass wir innovative, neue Formen von Mobilität auch in Deutschland zulassen. Auf Radwegen bis 20 Stundenkilometer ist überfällig. Das ist jetzt so entschieden. Ich finde das einen guten Schritt nach vorne und ich glaube, dass viele, die jetzt noch Bedenken haben, merken werden, dass das ein gutes, rücksichtsvolles Miteinander durchaus ermöglicht.